Ich habe ein Video von Crow ohne Maske. In meinem letzten Vlog habt ihr Crow ohne Autotune gehört. Nicht nur 4 Millionen Menschen haben das Video gesehen, sondern Crow auch. Jetzt wird es aber endlich Zeit zu zeigen, was hinter seiner Maske steckt. Deswegen kam er kurz in meinen Garten und hat eine Live-Session gespielt. Ist halt wirklich nicht normal. Ich kann selber nicht glauben, dass er ein Bromato ist. Seht ihr, wie ihr den roten Sack genommen habt? Von allen Farben, die ihr hätte wählen können. Wir sind halt jetzt Bros. Checkt ihr Bromato und Crow. Und wenn Crow für mich performt, dann perform ich natürlich auch für ihn. Außerdem mache ich natürlich, was er sagt. Mein Handstand, ich kann schon Handstand. Und natürlich habe ich den Song 9 bis 9 mit Bad Chief performt. Und dann war es soweit. Es wurde ja schon gemunkelt, ob ich Crow bin. Weil ich immer wieder mal seine Maske anhatte. Spaß, okay, ich hatte sie einmal an. Aber als Einzige. Jetzt ist die Frage, kann man mit der Crow-Maske gut sehen? Keine Ahnung, ich war geblendet von dem Erfolg. Und so sieht Wilson ohne Maske aus. Das ist nicht Crow. Ich sag doch, ich bin Crow. Und die Moral von der Geschichte. Wenn jemand sein Gesicht nicht zeigen will, dann zeig nicht sein Gesicht. Yay.